Wie generiert man eigentlich einen perfekten Kunden-Avatar? Der Kunden-Avatar ist in jedem Marketing-Buch wahrscheinlich das meistgenannte Wort. Und wir überlegen immer wieder, wie finden wir denn diesen Kunden-Avatar? Eine einfache Lösung ist mit ShadGPT. ShadGPT als künstliche Intelligenz kann dir sehr, sehr einfach einen umfassenden Kunden-Avatar stellen, den du nicht nur mit Texte arbeitest, sondern auch mit Bild. Und genau das wollen wir heute machen. Ich zeige dir in diesem Video, wie du innerhalb kürzester Zeit einen perfekten Kunden-Avatar generieren kannst. Und das mit nur vier einzelnen Prompts. Legen wir direkt los, ich nehme dich mit auf meinen Monitor. In diesem Video empfehle ich dir, den ShadGPT 4 zu nutzen. Du kannst das Ganze auch mit der 3.5er-Version machen. Allerdings, wenn du am Ende natürlich ein Bild von deinem Kunden-Avatar haben möchtest, spätestens dann bräuchtest du die bezahlte Version. Wir starten mit dem ersten Prompt. Der erste Prompt heißt, du bist heute ein erstklassiger Werbetexter, der Marktforschung betreibt, um deine Zielgruppe besser zu verstehen. Ich möchte, dass du einen idealen Kunden-Avatar für Produkt-Dienstleistung erstellst. Der typische Käufer ist in der Regel Kunden-Avatar-Beschreibung des Kunden. Füge die demografischen und psychografischen Daten, die wichtigsten Herausforderungen, Werte und Motivationen diesen Kunden-Avatar hinzu. Füge wichtige emotionale Faktoren und aussagekräftige Sprache hinzu. Gib der Persona einen echten Namen, damit wir in Zukunft uns leichter auf sie beziehen können. Diesen Prompt muss ich jetzt hier natürlich anpassen und muss hier einmal eine Leistung mit benutzen. Und wir machen das jetzt so, dass wir sagen, du möchtest einen idealen Kunden-Avatar für dein Präsentations-Coaching-Programm erstellst. Der typische Kunde ist in der Regel ein Unternehmer, der regelmäßig Vorträge hält und auf der Bühne verkaufen will. Jetzt könnten wir hier natürlich noch etwas hinzufügen, aber ich will das jetzt ganz bewusst mal offen lassen. Ich will jetzt ChatGPT gar nicht zu viel Briefing geben, sondern möchte einmal schauen, was wirft mir die KI aus, wenn ich genau diesen Befehl so eingebe. Und jetzt bekomme ich hier, Name Alexander Müller, demografische Daten, Alter 35 Jahre, Geschlecht männlich, Unternehmer, Einkommen 100.000 bis 250.000 Euro, Bildungsniveau, Hochschulabschluss, Standort, städtisch, metropolitan, Familienstand, verheiratet, ein Kind. Psychografische Daten, Persönlichkeit, extrovertiert, ambitioniert, leistungsorientiert. Die Werte, den Lebensstil, die Herausforderungen und Schmerzpunkte, Werte und Motivation, emotionale Faktoren. Ich glaube, dass es bei ganz vielen Unternehmen noch nicht mal ansatzweise einen so detaillierten Kundenavatar gibt und wir sind heute noch nicht mal fertig. Du siehst also, dass du mit einem einzigen Prompt einen so detaillierten Kundenavatar mit einer Zusammenfassung bekommst, dass du damit sofort arbeiten kannst. Wir hören jetzt aber nicht auf, wir gehen direkt noch einen Schritt weiter. Wir wollen jetzt noch etwas über die Gefühlswelt des Avatar wissen und fragen deswegen, wie fühlt sich dein idealer Kunde? Wir können jetzt hier natürlich auch genau den Alexander Müller einsetzen. Wir wollen etwas über die Gefühlswelt von Alexander Müller wissen. Und hier merken wir, wie fühlt er sich denn? Alexander Müller fühlt sich in seiner aktuellen Situation oft unsicher und unter Druck. Trotz seines Erfolges als Unternehmer und seiner Fähigkeit, sein Geschäft voranzutreiben, stößt er an eine Grenze, wenn es darum geht, öffentlich zu sprechen und seine Ideen auf der Bühne zu präsentieren. Diese Unsicherheit und so weiter und so fort. Du siehst, du bekommst jetzt hier also tatsächlich ein richtiges Persönlichkeitsprofil, was auf dem Psychografischen basiert und einmal genau erklärt, wie fühlt sich Alexander Müller. Nun machen wir weiter mit Prompt Nummer 3. Auch hier wieder empfehle ich dir zwischendrin, wenn das Ergebnis gut ist und du die ganzen Korrekturschleifen abgeschlossen hast, meine Empfehlung ist hier, lobe die KI auch ab und zu mal. Mache einen kurzen Satz, tolle Arbeit, weiter so, erstklassig, perfekt. Die KI nutzt diese Information zwar nicht wirklich, aber ich kann dir sagen, die Ergebnisse werden besser. Tatsächlich ist das sogar konkret in der Beschreibung von einigen KIs so genannt worden. Deswegen lobe die KI auch ab und zu einmal. Nenne mir jetzt die fünf glaubwürdigen Herausforderungen, tiefsten Ängste, die Alexander Müller hat. Und da ich an dieser Stelle den Vorteil habe, dass ChatGPT als Dialog funktioniert, kann ich immer wieder auf den Namen zurückgreifen, den ChatGPT genannt hat. Und durch diesen Chat-Verlauf weiß ChatGPT, was war im Vorhinein eigentlich besprochen. So, als allererstes loben wir jetzt die KI, sagen, tolle Arbeit, durch dieses Lob wird tatsächlich das Ergebnis der KI besser. Jetzt machen wir weiter und sagen, nenne mir jetzt fünf glaubwürdige Herausforderungen und fünf tiefste Ängste, die Alexander Müller hat, um das perfekte Präsentationstraining zu finden. Und was wird passieren, wenn er das Problem nicht angeht? Ich will keine langwierigen, oberflächlichen Antworten. Nenne mir die tiefsten Ängste, die Alexander Müller hat und wahrscheinlich nie laut aussprechen würde, wenn jemand zuhört. Wovor hat er am meisten Angst? Was bereitet ihn Unbehagen? Was verursacht Schmerzen und Ängste? Wovor macht er sich Sorgen? Was hält ihn nachts wach? Und jetzt bekomme ich hier wunderbare Antworten. Das heißt hier Herausforderungen bei der Suche nach dem perfekten Präsentationstraining. Überwältigung durch die Auswahl. Es gibt eine Fülle von Angeboten, Kursentrainern, die alle behaupten, die beste Lösung zu bieten. Alexander kämpft damit, das richtige Programm zu finden, das spezifisch auf seine einzigartigen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten ist. Zweifel an der Effektivität. Angst vor Bloßstellung. Furcht vor Misserfolg. Angst, tief verwurzelte Ängste zu konfrontieren. Hier kommen wir jetzt noch zu den tiefsten Ängsten und zu den Konsequenzen, wenn man die nicht bewältigt. Du siehst, ich bekomme hier ein wunderbares, detailliertes Profil von Alexander Müller und von seinen Ängsten und Sorgen, mit denen ich sehr gut arbeiten kann. Und um das Ganze einmal rund zu machen, möchte ich jetzt noch ein Bild von Alexander Müller haben. Denn ChatGPT hat ihn ja jetzt so gut konzipiert und kennengelernt, dass ich jetzt mit einem einzigen weiteren Prompt mir hier noch ein Bild von ihm erzeugen lassen kann. Dann würde ich das Ganze einmal in ein Dokument machen und schon haben wir für das nächste Team-Briefing den perfekten Kunden-Avatar. Der Prompt heißt, erstelle mir ein Bild von Alexander Müller. Durch die Nutzung von ChatGPT 4 kann ChatGPT 4 jetzt hier auch tatsächlich ein Bild generieren. Und so können wir uns gleich mal anschauen, wie sieht Alexander Müller denn eigentlich aus. So, und das ist Alexander Müller. Jetzt haben wir hier ein Bild von ihm. Dieses Bild kann ich hier oben auf dem kleinen Pfeil einfach runterladen und weiß, wie sieht Alexander Müller aus, wo wohnt er, wie alt ist er, was ist sein demografischer Status, hat er Kinder, hat er ein Haus, was hat er für ein Einkommen. Und natürlich, was sind seine größten Ängste, seine größten Sorgen und seine größten Wünsche. So einfach kannst du mit ChatGPT deinen eigenen Kunden-Avatar stellen. Den fertigen Prompt findest du in der Beschreibung. Lass mir gerne ein Gefällt mir hier und abonniere unseren YouTube-Kanal, denn in unserem YouTube-Kanal findest du viele weitere hilfreiche Videos rund um ChatGPT, KI, Automatisierung und Marketing.